... und sehr klar. Wann verschließen wir die Augen? ... versammelten sich DDR-Bürgerinnen und Bürger auf dem Alekka erinnern an den Tag und wir fordern nichts weniger, raus aus der NATO und NATO raus aus Deutschland. Die Bevölkerung, die Zivilisten und die Soldaten ein- und Behandlungen aufzunehmen, statt Öl ins Feuer zu gießen. Sondern auch die Abwesenheit von Unterdrückung und Druck von dem Bundestag ... ganz drauf, sofort, zweifach... ... amerikanischer Fremdbestimmung, Ami, Go, Home! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017